Hallo, hallo, es ist soweit und der Podcast ist zurück und ich freue mich gerade mega und ich muss aber auch sagen, ich bin so ein bisschen aufgeregt und ja, es war jetzt schon gerade, wo ich mein Mikrofon aufgebaut habe, so ein bisschen, ja, irgendwie ungewohnt. Ich habe das jetzt schon so lange nicht mehr aufgebaut und vorfreudig und wirklich auch so ein bisschen nervös. Und es ist heute Mittwoch und es ist tatsächlich jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, auch schon Mittwoch. Irgendwie sind die letzten Wochen und ich werde gleich davon noch mehr erzählen. Die sind sehr interessant, sehr intensiv, sehr spannend gewesen und so vor vier, fünf Tagen hat mich plötzlich die Muße geküsst und ich wusste auch wirklich nicht, wann ich den Podcast zurückbringe und plötzlich ging alles ganz schnell und eigentlich war schon der Plan, das auch diese Woche bei dem Dienstag zu halten, aber irgendwie waren da noch so viele andere Sachen zu tun, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Deswegen diese erste Episode jetzt heute kommt an den Mittwoch und ansonsten bleiben wir aber bei unserem regulären Dienstagspodcast. Jetzt für die, die vielleicht dieses Mal zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen erstmal, beziehungsweise natürlich auch für alle, die schon länger dabei sind, herzlich willkommen beim tiefer, langsamer und näher Podcast. Mein Name ist Britta Kimpel und ich bin Psychologin, Transformational Life und Business Coach und Yoga und Embodiment Lehrerin. Und ich arbeite mit Menschen, die sich und ihre Träume und Ziele irgendwie verloren haben oder so durch das Verkopftsein im Alltag aus den Augen verloren haben. Was ich in dem Fall mache, ist, dass ich mit meinen Angeboten unterstütze, herauszufinden und aufzulösen, was da im Weg steht, sodass sie ihr Leben und Business wieder vollkommen authentisch und im Einklang mit ihrer Seele gestalten und leben können. Und hier wirklich im Podcast erwartete ich eine bunte Mischung aus Themen rund um die spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Das kann mal mehr aus der westlichen Psychologie oder dem Coaching sein, das ist mal vielleicht mehr aus der östlichen Tradition und auch aus der Esoterik-Ecke. Und ab und zu gibt es sicherlich auch einen Abstecher in die Quantenphysik, die absolut verrückte Welt, die ich sensationell finde und wo ich mich riesig drüber freue, dass ich jetzt in dieser zweiten Staffel da auch mehr darauf eingehen werde. Ich habe insgesamt fast 20 Jahre mit Ausbildungen verbracht, wenn ich die Schulzeit abziehe, also wirklich ab meinem Psychologiestudium. Ich habe ganz viel Praxis in verschiedenen Traditionen und Methoden und Techniken und auch ganz viel Erfahrung wirklich in diesem weiten Feld der spirituellen Entwicklung. Und deswegen kann ich hier wirklich auf ganz unterschiedliche Methoden und Tools und Techniken zurückgreifen, um dir zu helfen, dein Traumleben zu gestalten. Und wenn du mit mir als Coach zusammenarbeiten willst, dann buch dir wirklich einfach über meine Webseite ein kostenloses Vorgespräch und dann können wir zusammen anschauen, was deine Vision ist und wie du dort ankommen kannst. Und was mir ganz wichtig ist, deswegen schau mal vorneweg, der Podcast lebt von dir. Der lebt davon, dass du ihn teilst und weiterempfiehlst. Der lebt davon, dass du ihn auf iTunes bewertest, so dass er auf iTunes besser aufgefunden werden kann und dass du wirklich auch dort eine Rezension hinterlässt. Deswegen wirklich die Bitte, teile den Podcast so oft wie möglich, schicke ihn an Freunde weiter, poste ihn auf Facebook, auf Instagram, auf Pinterest, auf LinkedIn, wo auch immer du unterwegs bist, bewerte ihn wirklich auf iTunes, schreib mir auch E-Mails oder hinterlasse einen Kommentar auf der Website, so dass du wirklich einfach mithelfst, dass der Podcast weiter bestehen bleiben kann und auch noch mehr Zuhörer findet und ich damit wirklich noch mehr Leuten helfen kann, wirklich ihr Leben authentisch im Einklang mit der Seele gestalten und leben zu können. Und jetzt, die heutige Episode ist so ein bisschen anders. Wie gesagt, es ist ohnehin schon Mittwoch, das heißt, es ist nach Mitternacht und ich würde mich gern ein wenig, nicht wahnsinnig lang fassen zumindest, aber mal gucken, wie lang es geht. Ich mag auf jeden Fall erstmal ein bisschen erzählen, warum habe ich überhaupt diese Auszeit gemacht. Und zwar hatte ich schon länger und ich würde wirklich sagen, vier Monate sicherlich schon, hatte ich so ein Gefühl, dass ich irgendwie gern in eine Richtung, in eine andere Richtung gehen würde oder ich hatte auch das Gefühl, dass ich vielleicht nicht alles von mir preisgebe oder nicht alles mit in den Podcast nehme, was mir wichtig ist. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl gehabt, ich kann nichts verändern, wenn ich jede Woche noch neue Episoden aufnehme. Und falls du mir schon länger zuhörst, dann weißt du auch, dass ich wirklich meine Episoden von Woche zu Woche aufnehme und nicht 20 Wochen im Voraus. Das ist für mich einfach ganz wichtig, weil ich selber in meinen Prozessen drin bin, ich selber irgendwie in der Energie der Zeit drin bin und in dem Moment, wo ich das aufnehme und das zeitnah zur Veröffentlichung ist, habe ich das Gefühl, dass es irgendwie für uns alle auch stimmiger ist. Aber deswegen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nichts verändern, wenn ich wöchentlich am Aufnehmen bin, habe ich eben diese Entscheidung getroffen und ich habe mich wirklich auch riesig darüber gefreut, dass ich wirklich total viele Feedbacks in der Zeit gekriegt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, je länger die Pause ging, desto mehr E-Mails kamen, reingeflattert von Leuten, die mir einerseits erzählt haben, dass sie ihn vermissen und mir aber trotzdem eine schöne Auszeit wünschen. Und das waren wirklich total schöne Rückmeldungen und Feedbacks und da wirklich auch Danke dafür. Jetzt jedenfalls, ich habe mich für die Auszeit entschieden und ich bin wahnsinnig froh, das gemacht zu haben. Und das war natürlich nur eine Auszeit von dem Podcast. In meiner Traumvorstellung war das eine komplette Auszeit, aber ich war natürlich trotzdem immer irgendwie dran. Ich habe zum einen zum Beispiel den Online-Kurs Fifty Shades of You noch abgeschlossen, der übrigens im Oktober in die nächste Runde geht, schon mal als Vorinfo für alle, die sich dafür interessieren. Ich habe ganz viele Coachings gemacht und hatte ja auch diese Business-Coaching-Gespräche und habe da auch viel mehr Klarheit eben darüber gekriegt, was will ich denn machen und mit wem will ich zusammenarbeiten. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, wenn du Lust hast, mit mir zusammen zu arbeiten und dich von mir coachen zu lassen, wirklich, dann melde dich über meine Website bei mir. Auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit ganz, 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 ganz viele Ideen gewählt. Das waren Ideen über neue Projekte, das waren aber vor allem auch Ideen über den Podcast. Und irgendwie, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, der Podcast geht in eine andere Richtung, hatte ich auch das Gefühl, der braucht einen neuen Namen. Überhaupt, ich fand, alles braucht einen neuen Namen. Ich fand dieses tiefer, langsamer und näher plötzlich doof. Ich bin vor allem mit diesen ganzen Abkürzungen tiefer, langsamer und näher, dieses Clun und Clunique und Clunique Lounge und Cluniversity vollkommen neben das Ziel hinausgeschossen, was so eine total typische Eigenschaft von mir ist. Und deswegen irgendwie fand ich das auf jeden Fall einfach plötzlich alles total doof. Und ich war komplett festgesteckt in so einem wirklich Entscheidungs-Dilemma-Land. An irgendeinem Morgen, ich glaube, es war so vor drei Wochen ungefähr, saß ich in der Meditation und da kam plötzlich der Download. Es kam ein neuer Name und es kam ein neues Konzept und ich war absolut begeistert. Und ich habe ein paar Freundinnen sofort einfach den Namen geschickt und habe nachgefragt, was sie denn damit verbinden. Einfach um mal so abzuchecken, ob das für mich in die richtige Richtung geht. Und bis auf eine Rückmeldung waren die auch alle ziemlich cool. Und dann habe ich wirklich angefangen, schon ein neues Podcast-Cover zu designen und irgendwie zu überlegen, was kann ich alles anders machen. Und am Abend hat mir dann eine Freundin einen Screenshot geschickt von einem anderen Podcast oder einer anderen Frau, so in der Online-Business-Welt, die scheinbar am Tag vorher verkündet hat, dass sie ihr Projekt umbenennt und zwar in meinen Namen. Also von dem her, es war nicht mein Name, ich hatte den Download, aber scheinbar einen Tag zu spät, weil am Tag vorher hat jemand anderes diesen Namen für sich, kann man sagen, reklamiert. Naja, in Anspruch genommen, ist ja egal. Jedenfalls, dann war dieser Name schon vergeben und ich war ja sowas von euphorisch über diesen Namen und bin also erneut in mein Entscheidungs-Dilemma-Land reingesunken und da irgendwie noch tiefer reingezogen worden als vorher. Und dann ging es wirklich los, dass ich stundenlang mit Brainstorming verbracht habe, um einen neuen Namen zu finden. Ich habe einfach Wortfetzen aufgeschrieben, ich habe in Büchern gelesen, aber nicht um das Buch zu lesen, sondern um schöne Wörter zu entdecken. Ich habe gegoogelt, ich habe, fragt mich nicht, was ich alles gemacht habe. Ich habe Stunden damit verbracht, ich habe seitenweise Zettel mit Namen und Wörtern gefüllt und irgendwie hat aber keins davon so richtig Klick gemacht und es hat sich einfach nichts wirklich richtig, richtig angefühlt. Und generell weiß ich auch, dass so diese verrückten Brainstorming-Aktionen, die bringen bei mir gar nicht so viel, weil wenn die Zeit reif ist, dann kommt das Richtige zu mir und das ganze andere vorher ist eher Energieverschwendung. Aber nichtsdestotrotz, ich war da irgendwie komplett drin festgesteckt. Und das war so die eine Seite, dass ich sozusagen die ganze Zeit irgendwie auch dran war, mit dem Podcast zu überlegen, was will ich, wo soll es hingehen, gibt es eine Richtungsänderung, gibt es eine Namensänderung, gibt es neue Themen oder bleibt alles gleich. Und das andere war aber auch, was zu der Zeit oder einfach diese gesamte Auszeit durchkam, war, dass ich ganz viel innere Arbeit gemacht habe. Das eine ist sicherlich eben, ich hatte den Online-Kurs 50 Shades of You, den ich in der Auszeit abgeschlossen habe und da habe ich natürlich auch alle Themen nochmal mitgemacht und ein großer Teil davon ist ja auch die Schattenarbeit. Und irgendwie bin ich wirklich dieses Mal an ganz spannende Schattenaspekte von mir hingekommen und zwar wirklich auch überraschende Aspekte, von denen ich nie gedacht hätte, dass das ein Teil ist, den ich in mir habe. Am überraschtesten war ich zum Beispiel von dem Schatten der Dummen. Das heißt, es gibt diesen einen Anteil in mir, der ist dumm und der ist naiv und der ist unwissend und den habe ich einfach sehr gut versteckt und mich damit nicht zu identifizieren und plötzlich kam aber dieser Schatten hoch und plötzlich habe ich mich wahnsinnig dumm und, ja, dumm irgendwie gefühlt. Und das Gleiche mit dem Schatten der Irrationalen. Und dann habe ich wirklich angefangen, so richtig tief abzutauchen und mir diese Schatten angeschaut und wo kommen die her und was haben die aber auch Gutes in meinem Leben bewirkt, weil jede Schattenseite hat auch immer ein Geschenk, was sie mitbringt. Und jetzt zum Beispiel eben der Schatten der Dummen, der hat sicherlich dazu geführt, dass ich wahnsinnig wissbegierig bin, um nie als dumm dazustehen. Das heißt, ich habe mir ganz viele tolle Qualitäten und tolle Erfahrungen und tolles Wissen dadurch aneignen können, dass ich diesen dummen Anteil in mir nicht gewertschätzt habe. Aber trotzdem wurde ich wirklich überrascht von diesen Schattenaspekten und ich habe ganz viele Stunden in Meditation verbracht. Ich habe viele Stunden geschrieben und einfach gejournalt. Ich habe mit diesen ganzen Anteilen auch Kommunikation betrieben. Also wenn ich diesen Schatten der Dummen in mir auffinde, dann gehe ich wirklich in ein Gespräch mit diesem Anteil, um wirklich auch rauszufinden, okay, was steckt denn dahinter und wann ist der entstanden und vor allem aber nicht, wie werde ich den los, sondern wie kann ich ihn liebevoll annehmen und integrieren. Und da war ich ganz viel dran und die Phase hat sich insgesamt wirklich auch angefühlt wie so eine Phase des totalen Zusammenbruchs. Also ich habe wahnsinnig viel geheult und fand es auch wahnsinnig toll und habe wirklich eigentlich schon immer das Gefühl gehabt, dass wir manchmal für so einen Durchbruch auch einfach vorher einen Zusammenbruch haben müssen. Und das ist so meine persönliche Erfahrung, die musst du nicht teilen, aber ich stehe da irgendwie drauf. Und das Bild, was mir da immer wieder auch kommt, ist, also wirklich, es hat sich so angefühlt und ich bin so gerade wieder am irgendwie da rauskommen, aber als wäre ich, und das Bild ist, ich habe immer das Bild von der Eichel und die Eichel, die kann ein Eichenbaum werden. Aber damit die Eichel ein Eichenbaum wird, muss vorher die Eichel zerbrechen. Die Schale muss aufbrechen. Und das ist ein Prozess, der ist vielleicht schmerzhaft, der ist nicht unbedingt schön, der ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was wir haben wollen oder das, was wir verstehen können. Weil wenn die Eichel die Eichel ist, und wir nehmen mal an, sie hat ein Bewusstsein, dann weiß die Eichel unter Umständen gar nicht, dass sie das Potenzial dazu hat, ein Baum zu werden. Dass sie das Potenzial dazu hat, was viel, viel Größeres zu sein, als einfach nur diese Eichel. Wenn die Eichel jetzt aber, wenn sie merkt, die Schale fängt an aufzubrechen, wenn die versucht, daran festzuhalten, um zum Beispiel die beste Eichel im Universum zu sein, dann verhindert sie, dass sich ihr gesamtes Potenzial entfaltet. Und das ist für mich wirklich so diese Phase des Zusammenbruchs. Da ist irgendwas und in mir ist wirklich auch so eine Gewissheit, dass da jetzt irgendwie ein größerer Shift passieren kann. Dass da nochmal irgendwie ein Sprung passiert und dass das, was mich bisher vielleicht trotzdem noch blockiert hat und trotzdem noch aufgehalten oder sabotiert hat, dass das jetzt so langsam wirklich aufbricht und wegbricht und mich freier werden lässt. Und deswegen war die ganze Zeit wirklich auch in diesen Zusammenbruchsmomenten immer auch so eine Vorfreude oder so eine Aufregung dabei, weil einfach dieses Wissen da ist, hey, jetzt geht's irgendwie in ein neues Level. Und ein anderes Bild, was ich hier auch ganz gern gebe und auch in irgendwelchen, vielleicht habe ich es im Podcast auch schon mal gebracht, ich weiß es gar nicht mehr, im Online-Kurs auf jeden Fall, ist das Beispiel von, wenn wir ein Computerspiel spielen. Und ich weiß noch, ich hatte früher so eine Sega, hieß das Sega? Ich glaube, das ist nicht Sega, ich weiß es gar nicht mehr. Sony? Egal. Ich hatte so eine Computerspielkonsole und da war es immer so, dass man halt ein Level gespielt hat und in dem Level hat man verschiedene Herausforderungen gehabt. Man musste verschiedene, irgendwie kleinere Gegner beseitigen oder man musste irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und all diese kleineren Aufgaben in dem Level haben einen dann vorbereitet für den Endgegner von dem Level. Und der Endgegner, der war aber dann nicht ganz einfach. Das heißt, man hat zwar die Kompetenzen sich angeeignet, aber dann ist man an diesen Endgegner gekommen und ist vielleicht erst mal Game Over gewesen und musste von vorne anfangen oder hat einfach eben wirklich ein paar Versuche gebraucht, bis man an diesem Endgegner vorbeigekommen ist. Wenn man das aber geschafft hat, dann hat es einen großen Sprung gegeben, wirklich in nächstes Level. Und auch das ist für mich so ein Bild, was ich für Entwicklung habe. Das heißt, wir lernen immer ganz viel so in unserem Alltag, unsere kleineren Herausforderungen, unsere kleineren und größeren Aufgaben, die uns dann vorbereiten, dass wenn die nächste Krise kommt, der nächste Endgegner sozusagen, dass wir ganz viel schon uns angeeignet haben und ganz viel gelernt haben, um diesen Endgegner, diese Krise sozusagen zu meistern. Aber nicht, um dann irgendwie festzustecken, sondern wirklich, um dann auf ein viel höheres Level angehoben zu werden. Und deswegen, trotz meines Zusammenbruchs und trotz wirklich vieler Tränen und ganzer Tage, die ich nur durchgeheult habe, in absoluten Glückseligkeitsgefühl, eben ist dieses Wissen da, dass irgendwie sich was verändert und irgendwas am Shiften ist. Und das finde ich ziemlich cool. Und was ich in dem Ganzen erkannt habe, ist, dass vor allem eben dieser Schatten der Dummen und der Irrationalen mich nach wie vor davon abgehalten haben, vor allem hier im Podcast wirklich frei zu sein. Ich glaube, das ist das, was ich die ganze Zeit schon gespürt habe. Es gibt Themen, über die würde ich wahnsinnig gern reden, aber die sind vielleicht noch nicht ganz gesellschaftsfähig oder die gelten vielleicht bei 90 Prozent der Gesellschaft als irrational. Und deswegen, alles, was ich verhindern wollte, war ja, dass man mich irrational findet. Und deswegen habe ich die Themen irgendwie ausgeklammert. Und ich glaube, das war das ganze Problem. Und das war der Grund, warum ich gemerkt habe, irgendwas muss sich verändern. Das, was vielleicht für viele als irrational gelten mag, was aber für mich absolute Gültigkeit hat, ist wirklich so das ganze Thema ums Manifestieren, ums Gesetz der Anziehung, um das Arbeiten mit Energien, mit Schwingungsfrequenzen, viel mehr als um die Arbeit im Außen. Und das ist auf jeden Fall ein Themenbereich, der jetzt hier in der zweiten Staffel vom Podcast viel mehr mit reinkommt. Jetzt kann es sein, dass du mich damit irrational findest und mich vielleicht vorher genau geschätzt hast, weil ich so viele wissenschaftliche Bezüge hatte und weil es nicht so esoterisch war. Und ich werde auch weiterhin die wissenschaftlichen Bezüge bringen. Und ich bin nach wie vor die gleiche Person, aber das ist meine tiefste Überzeugung. Und falls du die neuen Episoden nicht gut findest, dann gibt es noch die ganzen alten und es gibt bestimmt auch viele andere Podcasts. Aber das ist für mich einfach ganz wichtig, da wirklich auch dem treu zu sein, was ich praktiziere und woran ich glaube. Und das muss mit in den Podcast kommen. Und was ich hier wirklich festgestellt habe, ist, dass ich eigentlich wie so einen Paradigmenwechsel für mich vollzogen habe. Die meisten denken ja, dass Gedanken der Materie folgen. Also zum Beispiel ein Gedanke ist abhängig vom Außen oder von der Situation. Wenn irgendwas funktioniert, dann habe ich positive Gedanken und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann habe ich nicht so positive Gedanken. Und für mich ist es genau andersrum. Die Materie folgt den Gedanken. Das heißt, ich erschaffe mir meine Welt. Eine Kundin von mir hat es neulich ganz cool gesagt, sie hat gemeint, dass irgendwie so meine letzten Podcast-Episoden immer mehr in Richtung radikale Selbstverantwortung gegangen sind. Und das ist so. Weil wenn ich wirklich sage, dass durch mein Bewusstsein, dass ich mir dadurch meine Realität erschaffe, dann bin ich absolut verantwortlich für mein Leben und für mich und für das, was mir im Außen begegnet. Und deswegen dieses Wort, was meine Coaching-Kundin verwendet hat über die radikale Selbstverantwortung, das fand ich ziemlich cool und ziemlich treffend. Aber eben, es geht darum, dass das Außen die Folge von unserem Denken und unserem Bewusstsein ist. Letztendlich, die Yoga-Philosophie vom Kashmir-Shivaismus sagt genau das Gleiche. Sie sagt, dass Bewusstsein der Ursprung von allem ist. Wenn wir dann paar tausend Jahre weiter vorspulen zur Quantenphysik, die sagt zwar anders, aber meint genau das Gleiche. Und zwar ist da inzwischen nachgewiesen, dass alles Energie ist und dass es nicht mal Materie gibt. Das heißt, dass wir Materie sehen oder wahrnehmen können, das ist einfach nur ein Trick unserer Sinneswahrnehmungen. Aber wenn wir wirklich uns sozusagen Materie und das Mikroskop nehmen und Materie anschauen wollen, ist da am Ende nichts. Da ist nur ein Energiefeld, aber da ist kein konkretes Teilchen oder keine Materie. Und das sind wirklich so Themen, die uns in der zweiten Staffel mehr begleiten werden. Die Frage ist wirklich, wie können wir umdenken, wie können wir sozusagen das Bewusstsein vorne ranstellen, damit unser Leben im Außen dann einfacher und erfüllender ist, damit wir es anders und besser und eben selbst verantwortlicher gestalten können. Und jetzt habe ich vorhin ja auch erzählt, dass ich mich so ein bisschen nicht mehr ganz mit tiefer, langsamer, näher identifizieren konnte. Und jetzt heißt der Podcast aber nach wie vor tiefer, langsamer und näher. Warum das? Das kam tatsächlich erst vor ein paar Tagen und zwar sehr spontan. Und das Bild dazu, was ich habe, ist, wenn ein Baum ganz weit nach oben wachsen will, dann braucht er vor allem tiefe Wurzeln, um nicht beim kleinsten Windstoß umgehauen zu werden. Je höher der Baum nach oben wachsen will, desto tiefer müssen die Wurzeln nach unten gehen. Und für mich ist es das Gleiche mit uns. Je höher wir hinaus wollen, desto tiefer müssen auch wir unsere Wurzeln verankern, desto tiefer müssen wir uns in uns selbst verankern. Und erst dann können wir unser Potenzial vollständig entfalten. Deswegen die Episode heute heißt ja sogar auch höher, schneller und weiter. Und das ist was, was ich auch festgestellt habe. Ich bin überhaupt nicht gegen höher, schneller und weiter. Ich will auch höher kommen. Ich will vielleicht auch schneller gewisse Dinge erreichen. Ich will nicht warten, bis irgendwie 30 Jahre vergangen sind, dass ich mir dann irgendwie was Tolles leisten kann. Nein, ich will das sofort. Ich will auch weiterkommen und das ist so ein konstanter Drang, den ich in meinem Leben habe, mich immer weiterzuentwickeln, weiterzukommen, mehr zu lernen. Deswegen höher, schneller und weiter ist was, was ich absolut in mir habe. Aber ich habe festgestellt, es braucht für mich vorher tiefer, langsamer und näher. Ich kann höher, schneller und weiter nur dann kommen, wenn ich eben mit mehr Tiefe und mehr Langsamkeit und mehr Nähe zu mir selber verankert bin. Und deswegen ist tiefer, langsamer und näher wirklich die Voraussetzung für mich, um höher, schneller und weiter zu kommen, aber dabei, im Einklang mit mir selber zu sein. Ohne mich zu verlieren oder ohne mich zu sehr aufs Außen zu fokussieren. Und deswegen, als mir die Erkenntnis kam, habe ich mich quasi so ein bisschen neu in tiefer, langsamer und näher verliebt und habe jetzt dann eben entschieden, dass der Name bestehen bleibt. Was ich mit diesem ganzen Klunt-Zeugs mache, das steht noch auf einem anderen Blatt. Keine Ahnung, ich werde dich auf dem Laufenden halten. Aber die Frage jetzt, wie geht es weiter? Ich würde vermuten, für dich geht es ähnlich weiter wie bisher. Es kann eben gewisse Themen geben, die manche Leute vielleicht als irrational abstempeln oder doch zu sehr in der Esoterik-Ecke und das ist absolut okay. Ich würde nicht schätzen, dass jede Episode so ist, deswegen ist es bestimmt auch in dem Fall noch ganz viel für dich dabei. Und vielleicht kann ich dich ja auch ein bisschen dafür öffnen, auch diesen Paradigmen wechseln und dieses Umdenken zu vollziehen. Deswegen, ich habe das Gefühl, für dich ändert sich an sich gar nicht so viel. Was ich hoffe, dass sich für mich ändert, ist, dass ich weniger Selbstabotage betreibe und dass dieser Schatten der Irrationalen mich weniger blockiert und dass ich freier einfach erzählen kann, was ich denn gerade denke und woran ich glaube und was ich fühle und mir nicht so sehr Gedanken darüber mache, ob die Leute mich jetzt irgendwie dumm oder irrational halten. Deswegen, dafür waren meine letzten, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen extrem wertvoll und ich habe das Gefühl, ich habe extrem viel rausreinigen und heilen können und annehmen können, was ich bisher nicht so gern mochte. Ich will mehr in das Thema der Schwingungsenergien gehen, ich will mehr in die Quantenphysik gehen, von der ich mir wirklich absolut besessen bin, weil es für mich wirklich die wissenschaftliche oder der wissenschaftliche Nachweis von dem ist, was die Kashmir-Yoga-Philosophie wirklich schon vor tausend Jahren oder mehr als tausend Jahren gesagt hat und ich finde das einfach ultra faszinierend, dass eben irgendwann kurz nach Christus schon das Wissen vorhanden war, ohne die Messmethoden, die wir heute vielleicht eben in modernen Instituten haben und deswegen Quantenphysik ist wirklich eigentlich seit Jahren eins meiner, meiner leidenschaftlichen, kann ich es aussprechen, leidenschaftlichsten Themen, aber ich habe mich bisher eben noch nicht getraut gehabt, das mit reinzubringen und jetzt bin ich super aufgeregt und ich freue mich riesig und werde bestimmt auch eine Grundlagen-Episode zu dem Thema machen und das wird auf jeden Fall kommen. Und um so dieses ganze Thema mit den Schwingungsenergien auch noch in eine Metapher zu bringen, eine Metapher, die ich hier vor allem auch fürs Coaching gern verwende, weil ich ja auch auf eine Art coache, die weniger aufs Tun fokussiert, sondern mehr aufs Sein und die Metapher dazu ist die Metapher von einem Eiswürfel. Wenn du in einem Umfeld bist, wo minus 20 Grad Außentemperatur herrschen und da ist Wasser, dann wird das Wasser immer Eis sein. Du kannst dich über das Eis ärgern, du kannst versuchen das Eis zu zerhacken, du kannst versuchen heißes Wasser drüber zu gießen, du kannst versuchen kaltes Wasser drüber zu gießen. Wenn du bei den 20 Grad Minus Temperatur bleibst, wird auch das Eis immer bestehen bleiben. Egal wie viel du tust, du kannst dir echt Arme und Beine ausreißen, der Eiswürfel wird bestehen bleiben. Jetzt in der Metapher ist der Eiswürfel unser Problem und die minus 20 Grad Außentemperatur ist das Schwingungsumfeld. In der Metapher, was ich machen muss, um den Eiswürfel loszuwerden, ist, ich muss die Temperatur erhöhen. Wenn ich die Temperatur auf über 0 Grad erhöhe, dann kann faktisch der Eiswürfel nicht mehr existieren. Das heißt, ich muss eigentlich nichts tun oder ich muss nicht an diesem Eiswürfel arbeiten, ich muss nicht an dem Problem arbeiten, sondern ich muss an dem Schwingungsumfeld arbeiten, in dem der Eiswürfel existieren kann. Und genau so ist es in meinem Leben. Wenn ich ein Problem habe, dann kann ich noch so viel versuchen, an dem Problem zu arbeiten und das Problem zu lösen. Das Problem existiert aber nur in einem gewissen Schwingungsumfeld, in einem gewissen energetischen Zustand oder Seinszustand, in dem ich mich befinde. Wenn ich meinen Seinszustand verändere und sozusagen meine eigene Schwingungsenergie verändere, dann kann das Problem nicht mehr existieren. Und das ist eine Erfahrung, die ich für mich immer wieder mache. Das ist eine Erfahrung, die ich in den Coachings immer wieder beobachten kann, dass wir wirklich, wenn wir in einer Session diese Energie, diese Seinsenergie oder Schwingungsenergie verändern, dass dann am Ende irgendwie so die Frage ist, hä, wieso hatte ich denn da überhaupt ein Problem? Es kann einfach nicht mehr existieren. Und ich meine, wenn wir es irgendwie mit anderen Worten sagen wollen, in dem Umfeld von Liebe kann Hass nicht existieren. Das ist uns irgendwie auch klar. Und deswegen geht ganz viel von dem, was ich mache, vor allem in den Coachings, aber sicherlich wirklich auch jetzt mehr im Podcast darum, wie wir unsere Schwingungsenergie, unser Sein verändern können, sodass wir nicht mehr am Problem arbeiten müssen, sondern am Sein eine kleine Veränderung vornehmen, sodass die Probleme nicht mehr existieren können. Und Albert Einstein hat ja zum Beispiel auch gesagt, du kannst Probleme nicht da lösen oder nicht in dem Umfeld lösen, wo sie entstanden sind. Und das ist genau das. In dem Umfeld von minus 20 Grad, wenn der Eiswürfel das Problem ist, kann ich das Problem nicht lösen. Ich muss die Situation, die Schwingungsenergie verändern. Jetzt, was steht ganz konkret an in den nächsten Wochen? Weil als mich die Muse geküsst hat, gaben ganz viel Download, ganz viele Ideen. Deswegen habe ich auch schon für den kommenden Sonntag, das ist das 26. Mai, mal wieder ein Facebook Live ausgeschrieben in meiner Gruppe, die derzeit noch Clonique Lounge heißt und ich werde sie posten unter die Episode. Ich habe ja im April dort auch kein Facebook Live gemacht, habe die Auszeit auch dahin ausgedehnt und im März hatten wir dort einfach das Interview mit der Alex über die Intuition. Aber deswegen wirklich so ein richtiges Facebook Live ist schon längst wieder überfällig und ich habe mich entschieden, manifestieren mit dem Mond zum Thema zu machen. Das ist was, was ich seit einigen Monaten mache, habe ich schon vor meiner Astrologieausbildung angefangen und ich finde es absolut sensationell, weil jeden Monat für mich mit meiner Konstellation an Planeten und Sternzeichen und so weiter gewisse Themen auf dem Plan stehen. Und ich muss viel weniger zerflettert in meinem Gehirn sein und mir Gedanken machen, was ich jetzt alles tun könnte, sondern es hat einfach wie jeder Monat ein Thema und ich lege meine Energie und meinen Fokus auf das Thema. Plus natürlich, ich kann mit den Energien vom Mond arbeiten, wann kann ich produktiv sein, wann kann ich vielleicht eher Pause machen und für mich funktioniert das super gut, ich bin absolut Fan davon und darum geht es am kommenden Sonntag um 26, nee, am 26.05. um 10.30 Uhr. Das ist das eine. Und dann habe ich auch noch geplant und auch auf der Webseite schon für den 5. Juni einen interaktiven Online-Workshop. Das heißt, das ist dieses Mal kein längerer Kurs mit mehreren Wochen, sondern es ist wirklich einfach nur ein Abend, ein intensiver, interaktiver Workshop. Der geht zweieinhalb bis drei Stunden, je nachdem, wie viele Teilnehmer wir haben, wie viele Fragen wir haben, wie viele Diskussionen wir führen und das Thema unterrichte ich jetzt wirklich einfach nur einmal. Die Idee ist, dass ich solche Online-Workshops regelmäßig anbiete, aber dann wirklich immer zu einem neuen Thema und nichts, was ich wiederhole. Jetzt beim nächsten Mal ist das Thema die Schattenarbeit. Das heißt, der Workshop heißt Date mit deinem Schatten und es geht darum, mach Schluss mit der Selbstsabotage. Und das ist natürlich ein Thema, in dem ich gerade voll drin war. Ich habe ganz viele neue Erkenntnisse und Tools und Techniken für mich ausprobiert und kennengelernt und selbst wenn du schon in 50 Shades of You zum Beispiel dabei warst, wo das wirklich auch ein Thema ist, dann kannst du trotzdem in den zweieinhalb bis drei Stunden nochmal extrem profitieren. Der Online-Workshop ist eine Mischung aus Lektionen, aus Diskussionen, aber auch aus Energy Clearing. Das ist was, wo ich immer mehr auch hingehe, eben genau mit diesem Grund, dass wir an der Schwingungsfrequenz arbeiten müssen und was eben super sensationell ist, es gibt die Möglichkeit, wenn du live dabei bist, dich wirklich auch coachen zu lassen zu eigenen Schattenthemen. Und ich persönlich bin riesen, riesen Fan von Gruppencoachings, einfach weil, selbst wenn ich nicht selber gecoacht werde, ich kann immer aus jedem einzelnen Coaching so viel mitnehmen. Das heißt, selbst wenn nicht jeder drankommt, der sich vielleicht gern coachen lassen möchte, wir werden von jeder einzelnen Coaching-Session alle profitieren und lernen können. Und das Thema, wie gesagt, für den 5. Juni ist die Schattenarbeit. Und auch den Link zu diesem Online-Workshop werde ich unter der Episode verlinken. Und ansonsten einfach als Infos, ich schaue mal wieder auf meiner Website vorbei, weil die habe ich nämlich in den letzten drei Tagen auch in so einem absoluten musegeküssten Anfall überarbeitet. Das heißt, da ist ziemlich viel neu. Vor allem habe ich auch die Freebie-Seite überarbeitet, wo du jetzt wirklich eine tolle Übersicht darüber hast, was du für kostenlose Kurse machen kannst, Meditationen. Ich habe eine neue Sektion Hypnosen. Da habe ich ja auch eine Ausbildung und habe jetzt einen kleinen Shop auch eingerichtet, wo ich regelmäßig neue Hypnosen zum Kauf anbieten will. Und ich habe so eine kleine Test-Hypnose, die du dir auf meiner Webseite runterladen kannst für mehr Selbstliebe. Und das Tolle an diesen Hypnosen ist, du legst dich abends oder morgens ins Bett, du kannst dabei einschlafen, du lässt dich einfach von der Stimme irgendwie ins La-La-Land abdriften und dein Unterbewusstsein wird passiv umprogrammiert. Deswegen schau dich auf jeden Fall auf der Webseite um, schau bei den Freebies vorbei, schau dir die Hypnosen an und ja, dann geht es nächsten Dienstag mit der ersten offiziellen Episode von dieser zweiten Staffel los. Und ich freue mich, wie gesagt, wahnsinnig und jetzt heute Abend wurde oder heute Nacht wurde es doch länger, glaube ich, als ich es gedacht habe. Aber so ist es nun mal und ja, jetzt mache ich mich ans Bearbeiten, dass das schön am Morgen dann auch bei dir auf den Ohren landen kann. Ich wünsche dir eine gute Woche und ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bist. Und wie gesagt, bewerten, beurteilen, Rezension schreiben, teilen, posten, weiterleiten. Wirklich helf mit. Und ja, in diesem Sinne eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Ciao.